Vielen Illustrieren! Viel Glück! Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Schön, dass ihr mich seht. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Es gibt keine kulturelle Identität. Ist das überschrieben? Das ist der Titel dieses kleinen Büchleins, das ich gelesen habe, von François Julien im Surkamp Verlag. Ich habe ja letztens ein Video über das Buch Gegen Empathie gemacht. Also ein Buch, das sich eines Titels bedient, der sehr kontrovers, provokant ist. Und ich habe das Buch sehr gerne gelesen und habe gerne dazu gegriffen, als es mir empfohlen wurde. Und ich habe das dann auch gepostet, zum Beispiel auf Instagram, auf Facebook. Und es gab dann Freunde, die geschrieben haben, mit so einem Titel kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist so einseitig und provokant, dass es einfach nur, da will einfach jemand nur Geld machen mit seinem Titel. Das ist undifferenziert und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, ja, das sagst du jetzt, weil du ja für Empathie bist. Ja, du, wie jeder Titel, der das ins Gegenteil umdrehen würde und sagen würde, für Empathie, den würdest du nicht kritisieren, aufgrund seiner Einseitigkeit, Titel von Büchern, Cover und so weiter. Die sind nun mal so. Das ist einfach, das muss man mit einrechnen. Das ist die Medienwirklichkeit, das ist Werbung, das ist Merchandising. Und du sagst das nur, du schiebst das nur vor, weil du dich nicht mit der Gegenseite auseinandersetzen willst. Ja, du bist so eine empathische Person und findest, dass Empathie total wichtig ist. Und nur, weil du das Buch nicht lesen willst und deine Meinung nicht ändern willst oder dich mal irgendwie mit der Gegenseite auseinandersetzen willst, behauptest du jetzt, der Titel sei irgendwie zu provokant. Ja, und dann ist mir das Buch wieder in die Hände gefallen. Es gibt keine kulturelle Identität und mir ist aufgefallen, dass ich das schon vor Monaten habe empfohlen bekommen von Sven Hess auf Facebook, der auch das Cover, glaube ich, gezeigt hatte und ich noch darunter geschrieben habe, wie, es gibt keine kulturelle Identität. Also das werde ich doch mal stark anzweifeln. Wieso soll es die denn nicht geben? Was ist denn das für ein kulturmarxistischer Schmarrn? So etwas habe ich natürlich nicht geschrieben, aber na, ich habe schon gedacht, das ist ja Quatsch, warum soll ich denn so etwas lesen? Ja, und auch ich habe gemerkt, ja, natürlich habe ich da auch wieder diesen Gegenreiz empfunden und mich auch erstmal nicht daran gewagt an diese These. Und ich bin jetzt eigentlich sehr froh, dass ich mir dieses Buch durchgelesen habe. François Julien ist ein Sinologe, also er befasst sich mit der chinesischen Kultur und Literatur und das Ganze ist aus dem Französischen übersetzt. Und wenn, wie immer, wenn wir so eben eine sehr starke These haben, die polarisieren soll, ist es im Buch selber viel differenzierter. Das wäre ja auch komisch. Es ist keine Polemik oder so, sondern es ist ein kleines, aber feines Büchlein, das nochmal so ein paar Grundlinien zieht, die ich sehr, sehr interessant fand. Gerade natürlich auch in Bezug auf unsere heutigen Diskussionen über kulturelle Identität in der Moderne. Auf der einen Seite durch den Druck von außen, zum Beispiel Islamismus, Islamisierung, den Druck von anderen Kulturen auf europäische Kultur, aber auch der Druck von europäischer Kultur auf andere Kulturen, also zum Beispiel westliche Kultur auf andere Kulturen, die das auch als Druck von außen empfinden. Und der Druck, ja, könnte man vielleicht sagen, von innen, oder die Auflösung von innen von kultureller Identität im Sinne einer Globalisierung, im Sinne eines Einheitsbreis, der eben alles marktförmig macht und alle echte, authentische Kultur nur noch zu einem Gegenstand von, ja, Souvenirläden macht und von Filmen vielleicht, von nostalgischen Filmen. Mir ist aufgefallen, vielleicht kennt ihr das auch, es gibt auf Instagram einen sehr faszinierenden, ein sehr faszinierendes Profil, das heißt Heimatgruß, weil Kyrie ist auch im Chat, Hallo Lene, du folgst der ja auch. Und guckt euch das an, das ist absolut, man fühlt sich wie im Märchen, da wohnt also eine Frau auf dem Land ganz weit außerhalb und es ist alles gestaltet wie im 19. Jahrhundert. Das ist wunderschön, dann geht es auch um Sagen und um Mythen und ich weiß nicht genau, wo das ist, es scheint mir Süddeutschland, Österreich, Schweiz zu sein, ich weiß es nicht. Und das ist sehr positiv, kulturell, eigen aufgeladen mit so einem starken Bezug auf die Tradition. Tradition, genau. Das Paradoxe oder vielleicht etwas Ironische daran ist, dass das alles über Instagram veröffentlicht wird. Also sagen wir, wenn man jetzt ganz konsequent bleiben würde, würden wir ja nie davon erfahren, dass jemand noch so lebt wie im 19. Jahrhundert, aber sie da einen richtig gut gehenden Instagram-Kanal draus gemacht hat und eben also mit vielleicht dem iPhone da steht in ihrer Tracht und die Ziege melkt und auf dem Schemel sitzt und dann mit dem iPhone dann die Fotos schießt und das ins World Wide Web veröffentlicht und auch dann Texte darunterschreibt, die sie vielleicht dann auch aus dem Internet kopiert hat oder eben teilweise auch selber geschrieben hat. Mitchell Man, vielen, vielen Dank. Zwei Euro, das werde ich natürlich gut anlegen, dieses Geld und zwar in Whisky. Ich weiß es nicht. Schreib du, was ich damit machen soll. Ja, also das ist natürlich ein Paradox von unserer modernen Kultur, dass wir echte Tradition im Grunde genommen nur noch als Residuum oder so als fernes Klingen, als fernes Echo aus der Vergangenheit haben. Ich weiß nicht, ob ich Evola hier zitieren darf, aber von ihm stammt ja dieses, oder ich weiß nicht, ob es von ihm stammt, aber ich habe es in meinem Hinterkopf, dieses Man Amongst the Ruins. dass wir stehen inmitten der Ruinen einer untergegangenen Kultur, lange schon, also lange schon vor 2015 und vor 1915 und Ostwaldschmengler und bla bla bla. Also das ist auch ein Topos, dass unsere Kultur oder dass die Kulturen untergehen. Da geht es ja nicht nur um die europäische oder deutsche Kultur. Und wie gesagt, einerseits durch den Druck von außen, aber andererseits eben auch durch den Kapitalismus, den Neoliberalismus, die Globalisierung. Ja, und dann ist mir aufgefallen, also interessant ist ja auch, mit diesem Titel nochmal oder überhaupt einmal an die philosophischen oder weltanschaulichen Grundlagen der Identitären Bewegung zu gehen. Ich werde, also keine Angst, ich hole heute weit aus, ihr merkt das, aber ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich werde auf das Buch gleich noch eingehen, aber ich habe mich mit der Identitären Bewegung eigentlich noch nie so richtig so weltanschaulich oder intensiver befasst, was die eigentlich wollen oder was deren Grundgedanke ist. Man kriegt ja immer nur so Fetzen mit. Und jetzt ist es ja auch so, dass man sie kritisiert anhand von äußeren Dingen, also wie sie handeln oder wie andere handeln, die mit ihnen verbunden sind und wie sie sich mit anderen verbinden oder verbinden lassen. Und das ist natürlich eine Kritik, die immer sehr äußerlich bleibt und die nie ans Philosophische geht. Wir sind ja hier an einem Philosophiekanal und müssten uns dann eben Texte angucken, die die Weltanschauung formulieren, aus erster Hand, Primärtexte, und dann überlegen, ist diese Weltanschauung, wie ist die zu bewerten? Ist die gefährlich? Denn das, was man der identitären Bewegung nachsagt, rassistisch zu sein, habe ich bisher, oder Nationalsozialist oder irgendwie rechtsradikal zu sein, habe ich bisher eben nur aus entweder ihren Handlungen oder ihren Verbindungen oder ihrer Vergangenheit gehört, aber nicht aus ihren eigenen Texten, weil ich mich auch eben, wie gesagt, nicht damit beschäftigt habe, habe jetzt aber mal einen Text gefunden, der, ich muss das verlinken, ich glaube, ich habe es auf der Seite der Identitären Bewegung gefunden, in dem es um Kultur geht und kulturelle Identität. Und ich würde das gerne so machen, dass ich euch deren Selbstdarstellung interpretiere, wie ich das empfinde, und gleichzeitig versuche das mit Julien zu beantworten oder eben seine Alternative darauf zu geben, seine Alternative Antwort, und auch zu überlegen, welche Antwort und welche Weltanschauung, welche Sichtweise auf Kulturen die bessere ist. Ich lese also kurz aus diesem Manifest oder kurzen Überblick über, was die Identitäre Bewegung selber von kultureller Identität hält. Es fängt an mit, die menschliche Identität bildet sich aus einem komplexen Geflecht verschiedenster geschichtlicher, biografischer, kultureller, religiöser und sozialer Zusammenhänge. Also die menschliche Identität. Wir als Individuen. Klar, wir wachsen auf und daraus ergibt sich unsere Identität. Und wenn sich unsere Identität herausbildet, geschieht das interagierend, in einem interagierenden Verhältnis zwischen der individuellen und der kollektiven Identität. Das ist schon mal die erste, wie ich finde, wie soll man sagen, das ist erstmal eine Behauptung, die man erstmal beweisen müsste. Denn man kann ja sagen, eine individuelle Identität ist immer im Zusammenhang mit Gesellschaft, Gemeinschaft, Gruppen, Familie, Freunde, Umfeld, Sozialisation. Das ist ja klar. Das heißt, es braucht jetzt hier gar kein interagierendes Verhältnis zwischen individueller Identität und kollektiver Identität, wenn die individuelle Identität eh schon immer sich nur ausbildet, im Verbund mit Sozialisation, also mit Gesellschaft, Gesellschaftlichkeit. Wo kommt jetzt also da die kollektive Identität her? In diesem Text ist sie erstmal gesetzt. Es wird gesagt, dass es individuelle Identität gibt und kollektive Identität. Und was diese kollektive Identität ist, wird jetzt hier gesetzt als, dass sie einen ethno-kulturellen Aspekt hat. Ethno- und kulturell. Das bedeutet, dass hier Kultur und Ethnie oder Rasse wesenhaft miteinander verbunden sind. Es würde auch reichen, auf der einen Seite zu sagen, kultureller Aspekt. Die kollektive Identität, wenn man sie jetzt annehmen will, was macht das kollektiv aus, hat einen kulturellen Aspekt. Also so, wie wir in der Geschichte, in der Vergangenheit miteinander gehandelt haben und wie sich unsere Traditionen herausgebildet haben. Sobald ich aber sage, ethno-kulturelle Identität oder Aspekt dieser Identität, behaupte ich, dass diese, so lese ich es zumindest, behaupte ich, dass diese kulturelle Identität mit der ethnischen, also mit den genetischen Merkmalen eines Volkes, einer Rasse, untrennbar verbunden sind. Das bedeutet, dass jemand, der von einer anderen Ethnie ist, niemals in dieser Kultur authentisch heimisch werden kann. Das ist auch eine Setzung. Das heißt, Kultur und Ethnie sind, wie das auch immer zu verstehen ist, weiß ich nicht, bei denen offenbar so ineinander verschränkt, in den Genen oder so, dass sozusagen in unsere Gene etwas Kulturelles eingegangen ist, dass es verhindert, dass wir einer anderen Kultur wirklich angehören können, selbst wenn wir zum Beispiel dort hineingeboren werden. Also, klassisches Beispiel, ein türkisches Kind, das hier geboren wird, von türkischen Eltern, die entweder auch hier geboren sind oder nicht, das ist doch egal, kann niemals, auch wenn es zum Beispiel als Weise dann weggegeben wurde und dann adoptiert wurde und von bio-deutschen Eltern aufgezogen wurde, kann niemals ethno-kulturell deutsch sein, nach diesem Verschein, weil es in seinen Genen liege. Das kann man jetzt rassistisch nennen, die gehen gleich auf diesen Rassismus-Vorwurf ein, ich würde das zumindest eine rassische Begründung von, eine rassentheoretische Begründung von kultureller Identität nennen. Das bedeutet aber, und dann kommen wir gleich zum Julien, dass es keine starken Überlappungen geben kann und auch keinen größeren, keinen größeren Austausch, Oh, der große Austausch, also nicht im Sinne von dem großen Austausch, sondern keine größeren Veränderungen abseits der genetischen Veränderungen. Kulturelle Veränderungen kann es ja dann nur in stärkerem Maße dann geben, wenn es auch genetische Veränderungen gibt. Und kulturelle Veränderung ist sozusagen, oder kulturelle Identität ist so gebunden an die Gene, zum Beispiel der Germanen oder der Türken oder der Afrikaner, dass es da erst Änderungen geben kann, also wirklich starke Änderungen geben kann, im großen Sinne, wenn sich die Gene verändern und das wäre eben auf sehr, sehr langfristige Sicht, was ja auch jetzt unseren Beobachtungen eher widerspricht. Also die deutsche Kultur hat sich ja in den letzten 200 Jahren oder 50 Jahren schon extrem verändert. Naja, da wird also wahrscheinlich behauptet, dass eben im Untergrund, in unseren Volksgeist oder wie man das nennt, mit Herder vielleicht, oder eben in unserer Ethnie, sich Dinge erhalten, die uns daran hindern, dass wir uns mit anderen Kulturen, ich will nicht sagen, nicht verständigen, diesen Strommann will ich nicht aufmachen, sondern, ja, dass wir uns nicht vermischen können und dass sich auch das Individuum nicht vermischen kann oder in einer anderen Kultur heimisch fühlen kann, obwohl es dort aufgewachsen ist, die Sprache spricht, erzogen wurde in dieser Kultur, einfach weil in seinen Genen irgendwas sei, was es daran hindert. Das ist, finde ich, eine Setzung, zumindest in diesem Text. Ich kenne keine wissenschaftlichen Auseinandersetzungen damit, die das irgendwie beweisen würden, dass es das hindert, aber das ist wahrscheinlich eh eine philosophische Fragestellung. Phänotyp, ja, ich bin in der Terminologie nicht ganz so gut bewandert, ob man jetzt Rasse sagen kann, nicht, oder Phänotyp oder Ethnie, in welchen wissenschaftlichen Bereichen man sich dann auch bewegt, aber, ja, gleich kommt Julia. Die Identitärenbewegung fährt fort zu sagen, dass sich jedes Volk dieser Erde durch seine besondere Verschiedenheit auszeichnet und dass seine sozialen Praktiken immer etwas Einzigartiges sind. Und deswegen hat jedes Volk auch das Recht, habe jedes Volk das Recht, die Merkmale seiner ethno-kulturellen Identität zu bewahren und zu verteidigen. Es ist hier also von Einzigartigkeit die Rede, die bewahrt werden soll und von Verschiedenartigkeit. Und François Julien nimmt das im Grunde genommen auf. Die Rede von der kulturellen Identität behauptet Unterschiede, wie auch hier explizit. Er, und ich erkläre gleich warum, behauptet aber, es sollte nicht von Unterschieden die Rede sein sollten, dass es eben ein falsches Konzept ist in der ganzen Diskussion um Uniformierung von Seiten der Globalisierung und von der inneren Dissoziation von Seiten von Gruppen, die sich der Gesellschaft nicht anpassen wollen, also diese schwierigen Einflüsse auf eine Kultur, dass es in diesem Diskurs, dem das Wort muss auch fallen, besser ist, von Abständen zu sprechen. Auf Französisch écart, Französisch écart, Abstände, welche die Kulturen in Gegenüberstellung und daher in Spannung zueinander aufrechterhalten, sind keine Unterschiede. Unterschiede sind Kategorien, das sind Schubladen. Also ich sage, hier ist die eine Kultur, da ist die andere Kultur und die Merkmale einer bestimmten Kultur kommen in diese Schublade, die kommen in diese Schublade. Es kann auch Überlappungen geben, dass also das eine Merkmal in zwei verschiedenen Schubladen gleichzeitig drin ist oder dass es in anderen Maßen drin ist, aber dass es eben getrennt ist und dass man hier eben sagt, das ist die Verschiedenheit, die uns auszeichnet. wir sind so im Spiegelbild des Anderen, im Reflex durch den Anderen und das eigene erkennen wir im Fremden und deswegen können wir es auch behaupten, weil wir hier sehen, was wir nicht sind. François Julien sagt aber, es ist besser, von Abständen zu sprechen, die eine Skala aufbauen, auf der sich Kulturen bewegen und man auch immer wieder sagen kann, hier gibt es einen stärkeren Abstand, hier gibt es einen größeren Abstand und hier gibt es einen schwächeren Abstand von kulturellen Praktiken zum Beispiel, von Traditionen und so weiter. Und zu sagen, hier ist, ich habe vielleicht das Beispiel, wenn ich zwei verschiedene Kulturen habe, die beide eine konservative Ausrichtung auch in sich tragen und wir nehmen zum Beispiel einen konservativen Deutschen und wir nehmen einen konservativen Moslem, dann sind deren kulturelle Unterschiede, nur was die Konservativität angeht, nicht kategorisch verschieben, sondern eben auf einer Skala. Vielleicht ist der eine eben konservativer als der andere oder in anderen Ausprägungen konservativer. Aber indem ich das behaupte, dass diese Abstände da sind, zeige ich, es gibt Gemeinsamkeiten. Wofür das auch immer gut ist, dann eben zu sagen, dass es da Gemeinsamkeiten gibt. Aber es ist natürlich erst mal zur Verständigung gut, die ja schon mal, sagen wir mal, ausgeklammert wird, die Frage nach der Verständigung, wenn ich sage, Kulturen sind durch ihre Verschiedenheit ausgezeichnet und durch ihre Einzigartigkeit und durch ihre abgeschlossene Identität. Der Begriff dieses Abgeschlossenen, das nennt Julien auch und das kritisiert er eben, dass sich durch diese Identitätsvorstellung etwas abschließt vom Anderen, was nicht unbedingt abgeschlossen werden muss und auch was nicht unbedingt bewahrt und verteidigt werden muss. Der Untertitel dieses Buches heißt Wir verteidigen die Ressourcen einer Kultur. Also wir verteidigen schon. Julien ist keiner, der sagen würde, es ist alles egal, es ist sowieso, sollte es eine Einheitskultur geben. Gar nicht. Er spricht sogar von dem großen Wert der kulturellen Ressourcen, also der Ressourcen innerhalb einer Kultur, die gepflegt werden und verteidigt werden müssen. Ressourcen, der wichtige Begriff. Er sagt, das Wichtige an dem neuen Diskurs sind nicht Werte und Normen, weil Werte und Normen oft als Besitz angesehen werden, als Eigentum dieser eigenen Kultur. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben die westliche Kultur, wir haben Aufklärung, wir haben Emanzipation und Menschenrechte. Und dann sprechen wir das unserer Kultur zu und sagen, wir haben hier eine andere, eine fremde Kultur, die hat das vielleicht nicht in dem Maße oder die hat das gar nicht und sie hat andere Werte. Da habe ich wieder die Kategorisierung, ich habe Verständigung fast unmöglich gemacht und ich habe auch Übergriffe, Übergriffe klingt schon so sexuell, ich habe die Möglichkeit der Vermischung unmöglich gemacht, indem ich sagen kann, ich sehe mich nämlich auch sagen könnte, jedem könnte das doch angehörig sein. Jeder könnte hier in Werten der Aufklärung und der Demokratie und der Menschenrechte etwas für sich finden, aber sobald ich behaupte, das ist ein Wert der westlichen Kultur, mache ich es natürlich schwer und öffne auch dem Kulturschauvinismus Tür und Tor. Ich sage also, Aufklärung, Demokratie und Menschenrechte sind universelle Werte und wenn andere sie nicht haben, sollten sie da hinkommen und weil die westliche Kultur, die ist, die diesen universellen Werten am nahesten kommt, ist sie auch die beste Kultur. Das heißt, die andere Kultur muss ihre Kultur aufgeben teilweise und Dinge der westlichen Kultur übernehmen, um zu einer besseren Kultur überhaupt zu werden und um sich dann anzugleichen. Und das kann man ja im Alltag schon beobachten, wenn man jemandem irgendwie aufdrängt, er soll so werden wie du, dann wird er sich dagegen erst recht sträuben und seine kulturelle Eigenheit eben vor allem betonen. Jetzt macht die identitäre Bewegung, ich gehe noch mal zurück zu dem Text, eine wollte vielleicht, dass sie im Grunde genommen kulturrelativistisch ist. So lese ich das. Sie sagt, es gibt Einzigartigkeit der Kulturen, es gibt Vielfalt und Unterschiedlichkeit, was sie prägt, die Kulturen. Wir haben das Wir und wir haben die Anderen und das ist auch gut so. Und das bedeutet aber, jede Kultur darf untereinander bestehen bleiben. Es ist also nicht der Kulturuniversalismus, der sagt, eigentlich wäre es schon besser, wenn die schlechteren Kulturen, also die dem Ideal, der ewig gültigen Werte nicht entsprechen, wenn die sich angleichen und wenn auch deren Menschen verachtende Praktiken aussterben, sondern die identitäre Bewegung sagt, wir erteilen jeglichem Rassismus und Chauvinismus eine klare Absage, da es stets um die Betonung des Rechts auf Bewahrung der Identität für jedes Volk und jede Kultur geht und wir eine qualitative Auf- oder Abwertung einer bestimmten ethno-kulturellen Gemeinschaft klar ablehnen. Ein typisches kulturrelativistisches Argument. Zu sagen, wenn die da hinten eine Genitalverstümmelung machen wollen und die sind Kannibalen und die finden die Abtreibung gut und die die Todesstrafe, dann ist das deren Sache. Wir machen das hier so und wir mischen uns da nicht ein, aber wir behaupten sozusagen, unser Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden. Mit diesem Kulturrelativismus kann man diesem Vorwurf entgehen, chauvinistisch zu sein, eben seine, das am deutschen Wesen die ganze Welt genesen soll, Haltung zu verbreiten. Aber man sagt eben auch im Grunde genommen, es ist eigentlich egal, welche Kultur die Kulturen haben, wie die Kulturen aussehen und was da genau geschieht. Wichtig ist nur das eigene und das eigene zu verteidigen. Das bedeutet auch, dass jede Kultur ihr Schlechtes verteidigen kann mit dem Rückgriff auf diese Behauptung der Identität, der Abgeschlossenheit, des Rechts darauf, in Ruhe gelassen zu werden und die ethno-kulturelle Identität zu bewahren und zu verteidigen. Ich lese das hier so, dass die identitäre Bewegung im Grunde genommen genauso ist, wie die Staaten, Nationen, Völker, Gruppen, Parteien, die sich gegen eine, wie sie sagen, kulturuniversalistische, chauvinistische Ausrichtung der UN-Menschenrechtscharta wehren und sagen, lasst uns mit eurem westlichen Kulturschauvinismus in Frieden. Wir hier in China oder in Kairo, es gibt ja auch diese Kairoer Erklärung der Menschenrechte, wir haben halt andere Werte und wir möchten das anders machen, oktroyiert uns das nicht auf. So sehe ich auch die identitäre Bewegung. Ich nehme an, dass sie das macht, um halt dem Chauvinismus zu entgehen und dann eben diesem Nationalsozialismusvorwurf zu entgehen. Aber das Problem ist erstens eben, es ist egal, was die Kultur wirklich ist, ob sie gut oder schlecht ist, Hauptsache sie ist eigen, sie ist identisch mit sich selbst, was ja noch kein Wert ist, identisch mit sich selbst zu sein und sich selbst irgendwie zu bewahren und zu beschützen. Auch Fritzl hat versucht, sich zu bewahren und zu beschützen, sein kleines Häuschen, gut, das ist vielleicht ein schlechter Begriff, aber die IB ist ja in Österreich besonders groß, vielleicht ein schlechter Vergleich. Aber es ist nie die Rede davon, was bewahrt werden soll und was auch wert ist, zugrunde zu gehen in einer Kultur, sondern Hauptsache es ist mein eigenes und es wird dann bewahrt. Und zweitens eben das kulturelle Verständnis. Wenn ich Kulturuniversalist bin, dann habe ich im Grunde genommen ja die Möglichkeit, einen Maßstab anzulegen an verschiedene Praktiken, Traditionen, Rituale von verschiedenen Kulturen. Der ist schwer zu finden, das gebe ich zu, der ist schwer zu behaupten, wo soll der sein, wer legt den fest? Gott, die Vernunft, die Wissenschaft, die Ratio. Das ist schwer. Aber wenn ich keinen habe, lohnt sich auch kein Gespräch. Da muss ich überhaupt nicht mit anderen Kulturen sprechen und ich kann auch andere Kulturen nicht zur Veränderung bringen oder anregen, wenn ich diesen Maßstab nicht habe und meine eigene auch nicht. Wenn ich eben finde, dass es universelle, ewige Werte gibt, dann erst kann ich anfangen zu vergleichen und zu messen. Im Grunde genommen ist das wie so ein Uhrmeter. Ich kann die ganzen Zollstöcke und Maßstäbe und Lineale ja nur miteinander vergleichen und gucken und bewerten, wenn ich ein Uhrmeter habe, an das ich sie anlege und sage, wie nah kommen sie tatsächlich an dieses Ideal ran. Schwierigkeit ist eben dann, das Uhrmeter, also im übertragenen ethisch, ethisch, nein, ethisch, moralischen Sinne, kulturellen Sinne zu finden. François Julien sagt, diese Ressourcen, die ich eben erwähnt habe, das ist jetzt der Begriff, dem er den Werten entgegenstellt, die Ressourcen sind nichts, was einer Kultur ausschließlich exklusiv angehört. Es gibt allerdings zum Beispiel französische Ressourcen, kulturelle Ressourcen, es gibt auch europäische kulturelle Ressourcen, es gibt aber für ihn zum Beispiel keine französische kulturelle Identität, die er deswegen auch nicht verteidigen will, sondern er möchte Ressourcen nutzen oder ausbeuten. Also ausbeuten ist im Deutschen immer ein bisschen negativ gemeint, im französischen Exploree oder so, das Exporté ist das wahrscheinlich nicht negativ konnotiert. Also Ressourcen sollen verwendet, sie sollen gebraucht werden und sie sind für alle verfügbar und nicht irgendjemandes Eigentum. Anders als Werte sind sie nicht exklusiv, sie preisen sich nicht an und man predigt sie nicht. Das fand ich auch einen sehr interessanten Satz. Man predigt ja Werte, Aufklärung, Emanzipation und kann damit auch in die Welt hinausgehen. Aber Ressourcen predigt man nicht, weil sie sehr unscheinbar sind. Ich muss das Ganze jetzt mal ein bisschen anschaulich machen. Er redet zum Beispiel vom Lateinunterricht. Also es geht ja um europäische, französische Ressourcen. Der Lateinunterricht, der Geschichtsunterricht, der griechische Unterricht, der Unterricht in alten Sprachen, ist eine Ressource. Und diese Ressource gibt den Menschen die Möglichkeit, sich ja, ich muss vielleicht ganz kurz gucken, wo das hier ist. Latein oder griechisch Unterricht. Gibt den Menschen die Möglichkeit, die Fähigkeit, Subjekte zu formen. Sie ermöglichen eine bessere Beherrschung der Sprache und erweitern den intellektuellen Horizont. Nein, dass wir in Frankreich den Latein- und den griechischen Unterricht aufgeben, hat mit falsch verstandenem Modernismus und Demokratismus zu tun. Anders ausgedrückt, mit Demagogie und historischer Feigheit. Also er ist durchaus jemand, der in dieser Form die Tradition verteidigt, indem er sagt, wir haben in dieser Tradition Ressourcen gepflegt und die sind auch auf uns gekommen, die wir uns anverwandeln müssen. Und das sind aber keine Werte, sondern das sind tatsächlich Fähigkeiten oder Tätigkeiten. Das sind zum Beispiel der Lateinunterricht, das ist aber auch der Philosophieaufsatz. Ihr merkt, wie klein diese Ressourcen sind, wie unscheinbar. Der Philosophieaufsatz in Frankreich ist es noch recht stark, dass man, ich glaube, kurz vor dem Abitur einen Philosophieaufsatz und auch mehrere Wochen für Zeit hat, sich ein Thema zu wählen und wirklich ein Essay zu schreiben. Und das wird auch stark bewertet und daran kann man eben auch die ganze Bildung eines Menschen erkennen, wie stark er sich eigenständig mit einem Thema auseinandersetzen kann, auf eine philosophische Ebene kommen kann und so weiter. Und er, Julien, schreibt, das ist eine äußerst wichtige Ressource für einen wahrhaften und egalitären Zugang zu Bürgerschaft. Also der Philosophieaufsatz. Und das dritte Beispiel ist der Subjonctiv. Also sinngemäß der Konjunktiv im Deutschen, aber es ist natürlich nicht eins zu eins übersetzbar. Der Subjonctiv ist eine Ressource, die gefördert werden muss, die genutzt werden muss, ausgebeutet werden muss. Und wie auch im Deutschen geht im Französischen jetzt auch der Subjonctiv verloren. Leute verstehen nicht mehr, wozu er genau benutzt wird. Aber auch eher bedeutet ja, die Möglichkeit zu haben, zwischen real und nur vorgestellt zu unterscheiden, so ähnlich wie beim Konjunktiv. Und wenn das verloren geht, dann ja, dann geht die, dann geht die, die kulturelle Ressource verloren. Das Wichtige hierbei ist, Ressourcen werden nicht lauthals propagiert. Man geht nicht auf die Straße mit einem Schild und demonstriert für den Subjonctiv oder für den Philosophieaufsatz. Sie manifestieren sich nicht in Form von Slogans. Insofern unterscheiden sie sich von Werten. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, Ressourcen sind nicht jemandes Eigentum. Das heißt, sie können auch von anderen benutzt werden und wir können auch die Ressourcen von anderen benutzen. Er ist Sinologe und er ist ein sehr interessanter Exkurs dann in Richtung des chinesischen Denkens und der chinesischen Sprache. Was passiert, wenn wir Chinesisch lernen, wenn wir Ressourcen, die die chinesische Sprache hat oder die chinesische Kultur hat, uns anverwandeln und übernehmen? Können wir dabei etwas lernen? Bringt es unserem Leben etwas? Wenn ich im Sinne von Identität spreche, von kultureller Identität, dann muss ich immer auf den anderen gucken, du beschäftigst dich mit China. China? Oh Mann, heute habe ich es schwierig mit dem Ch. Weil der FC gewonnen hat wahrscheinlich. Du beschäftigst dich mit anderen Kulturen. Du hasst wohl deine eigene Kultur. Also im Sinne von Hassen. Du schämst dich für sie. Du willst sie ablegen. Und Julien schreibt, die Beschäftigung mit den Ressourcen einer anderen Kultur macht uns reichhaltiger, macht unser Leben besser, aber auch die Beschäftigung mit den Ressourcen unserer eigenen Kultur macht uns besser. Wir müssen aber unterscheiden, welche Ressourcen zu fördern sind und welche nicht. Das bedeutet aber auch, dass wir uns viel besser verständigen können. Auch ein Chinese kann einen Philosophieaufsatz schreiben in Frankreich. und auch ein Südamerikaner, ein Bolivianer kann den Subjunktiv benutzen und so weiter. Ja, das ist also keine, da gibt es also keinen Besitz. Ganz interessant war die, das Verständnis von Julien über das Universelle. Und ich habe es ja auch eben angedeutet, Kulturrelativistisch, Kulturuniversalistisch. Und es ist schon ein bisschen schwierig, weil es eine Art Selbstwiderspruch ist, wenn wir uns fragen, ja, sollte es so etwas wie universelle Werte geben auf der Welt und sollte vielleicht eine Kultur das auch irgendwie durchdrücken. Und ich habe da in diesem kleinen Livestream aus dem Unterricht auch ein bisschen darüber geredet, über diese Fragestellung, ist vielleicht die Frage nach dem Universellen selber schon ein westlicher Begriff. Wir kommen da also gar nicht mehr raus, weil wir dann nämlich sagen müssen, das ist schon Kultur inhärent, also in einer einzelnen Kultur, dass man überhaupt nach dem Universellen fragt und andere Kulturen fragen sich das überhaupt nicht. Und dann gibt es eben dann drei Ebenen von Konzepten, die griechische Philosophie und Wissenschaft, die sagt, wir müssen eben universelle Werte und universelle Gesetze finden, die römische, des universellen Gesetzes innerhalb des römischen Reiches, und dann die christliche, religiöse, die auch die Begründung der Menschenrechte für alle Menschen eben leistet, dass Paulus zum Beispiel gesagt, es gibt da nicht mehr Griechen und Römer und Juden und Sklaven und Freie, sondern es gibt nur noch Menschen, die in einem Verhältnis zu Gott stehen. Und das ist aber eine christliche Idee. Und das ist natürlich das Problem, dass wir dann sagen, ja, es ist vielleicht eben doch ein universeller Wert nur der westlichen, also universeller Wert ist es nur eine Vorstellung der westlichen Zivilisation. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Ja, vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, keine Angst, ich lese auch gleich eure Kommentare, also, was mit diesen Abständen gemeint ist. Das ist eigentlich der zentrale Begriff. Nicht Identität, nicht Unterschiede, sondern Abstände. Abstände auf einer Skala. Das bedeutet, wir bleiben für das Gemeinsame offen, indem wir die Skala betonen, auf der diese Abstände liegen. Und nicht eine Singularität, die sich nicht wie eine Monade mit anderen verbinden kann, eine fensterlose Monade, die niemals Kontakt zu anderen haben kann. Und was die Identitäre Bewegung schreibt, von ethno-kultureller Identität, ist ja genau diese Behauptung. Deine Gene verhindern es ja schon, dass du dich überhaupt mit der anderen Kultur in der Form verständigen kannst, dass du auf das Gemeinsame hochhalten kannst. Das Problem bei dem Gemeinsamen ist, und das fand ich sehr klug von Julien, es wird eigentlich bekämpft vom Gleichförmigen, vom Uniformen. Julien ist niemand, der kulturelle Diversität hasst. Und der sagt, es muss einen Einheitsbrei an Kulturen geben. Wir wollen nicht zulassen, dass durch eine Standardisierung des Uniformen die einzelne kulturelle Vielfalt, die einzelnen kulturellen Vielfalten verschwinden. Wie können wir also das Gemeinsame vor einer Verwechslung mit dem Gleichartigen bewahren? Gleichartig bedeutet halt Uniform. Alle Innenstädte sehen gleich überall die gleichen Läden Zara H&M und so weiter. Die Menschen haben alle das Gleiche an. Es gibt keine Trachten mehr. Es gibt keine kulturellen Riten mehr. Es ist alles eine Weltreligion und so weiter. Das will Julien auch nicht. Aber indem er das Konzept des Abstands betont, sagt er, hier können wir gleichzeitig Unterschiede bewahren und wir können aber zeigen, inwiefern wir auf einer Skala der Gemeinsamkeit sind, die wir als Möglichkeiten sehen. Denn wenn ich mich nicht innerhalb von Schubladen denke und Kategorien, sondern auf dieser Skala, kann ich mich auch darauf bewegen und sagen, vielleicht kann man das ein bisschen weiter nach rechts oder nach links, also jetzt nicht politisch gesehen, rücken auf dieser Skala und ohne meine eigene Identität zu verlieren, zu sagen, was kann ich an Ressourcen von anderen übernehmen und wie kann ich sie fruchtbar machen. Das ist der nächste große Begriff, den Julien hier ausbreitet. Die Fruchtbarkeit, die Benutzbarkeit von Ressourcen, auch fremden Ressourcen, die ja dann aber eben nicht mehr fremd sind, für eine Gesellschaft. Wenn ich sage Unterschiede, dann richte ich meinen Blick auf das Trennende. Wenn ich sage Abstand, richte ich meinen Blick auf die Entfernung von Dingen, die eine Gemeinsamkeit haben können. Schön ist auch eigentlich diese Abweichung die Betonung von Unterschieden möchte bestimmen, sie möchte definieren, die Grenzen von einer Kultur zum Beispiel definieren, sie möchte Identität herstellen. Das bin ich, das bin nicht ich, das sind wir, das sind nicht wir. die Betonung aber von Abständen möchte ermitteln, wie er schreit, er möchte explorieren, möchte sehen, in welche Richtungen man sich bewegen kann, sie gleicht einem Abenteuer, es ist nichts Abgeschlossenes, sie will sondieren, sondieren ist auch ein schönes Wort, bis wohin andere Wege führen können, sie ist auf Abenteuer aus, zum Beispiel auch, wo ist unsere Kultur verbesserbar, wo kann sie sich Dinge von außen an verwandeln, ohne das eigene Gute zu verlieren und das kann ich nur, indem ich nicht die Unterschiede betone, sondern den Abstand auf einer Skala des Gemeinsamen. Das bedeutet, es entsteht eine Spannung, durch diesen Begriff des Abstands, weil ich immer wieder messen muss, wie weit ist meine Vorstellung von dieser Vorstellung entfernt, wie nah können wir uns kommen, wo sind Gemeinsamkeiten, wenn ich aber Schubladen habe und Differenzen, entsteht keine Spannung, ich muss mich nicht fragen, wie weit ist meine Schublade von der anderen entfernt, das ist meine Schublade, das ist deine Schublade, fertig, da ist die eine Kultur, da die andere, wir können uns nicht treffen, sobald ich das aber auf einer etwas viskoseren Skala sehe, muss ich mich damit auseinandersetzen, wie stark ist die Spannung zwischen unseren kulturellen Vorstellungen. Es ist ein denkendes Zwischen, das klingt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber ich kann in den Kategorien denken, aber ich kann auch in dem was zwischen den Kategorien oder eben zwischen den Polen ist denken. Ich sehe diese Polen, also nicht die Polen, also ihr wisst, Nordpol, Südpol, ja, und dann gucke ich, was ist dazwischen und wie kann ich von dem einen Pol zu dem anderen kommen, ohne das Gute aufzugeben. Und dann kann es auch Veränderungen geben. Also es ist im Grunde genommen die Frage zwischen einer Analyse, Synthese ist vielleicht nicht die richtige Metapher hier, aber es ist eine Denkart, die sich vom Althergebrachten auch lösen will. Es ist vielleicht heute auch in bestimmten Kreisen ein Schreckgespenst, sich vom Althergebrachten lösen, wenn das Althergebrachte unter Beschuss scheint. Ich denke ja, dass das Althergebrachte, wenn man das jetzt mal so pauschal sagen kann, schon lange nicht mehr lebendig ist. Deswegen ist es eher zu fragen, was können wir wiederbeleben aus der Vergangenheit, aber wie können wir es brauchbar machen, nutzbar machen, anverwandeln und wie können wir gleichzeitig vom allzu Bekannten uns loslösen, das haben wir immer so gemacht, und wir sind auch ethnisch oder phänotypisch oder rassisch daran gebunden, das immer so zu machen, sondern wie können wir etwas zutage treten lassen, was vom konventionellen abweicht und neue Wege finden. Julien sagt, dass im Grunde genommen die Diskussion um kulturelle Identität in eine Sackgasse führt, wenn man im Hinblick auf die Verschiedenheiten der Kulturen die Perspektive der Differenz einnimmt. Man müsste eine anfängliche Identität annehmen, also der Menschheit insgesamt, die Identität der Menschheit, die sich dann, also eine ursprüngliche gemeinsame einheitliche Gattung, die sich dann in einzelne Kulturen erst ausdifferenziert hat, und dann gibt es dann einzelne Kulturen und kulturelle Identitäten. Und das ist natürlich ein bisschen komische Vorstellung, welche Kultur soll denn dann eben diese ursprüngliche gewesen sein und inwiefern weichen die voneinander ab. Julien sagt im Grunde Nein, Kulturen gab es immer schon, also sobald es zwei Menschen gab oder mehrere Stämme gab, gab es dann eben Kulturen, die sich im Unterschied zueinander identifiziert haben, die sich aber auch gleichzeitig verwandelt haben, die mutiert sind. Der Versuch, die Vielfalt der Kulturen in Form von Unterschieden zu behandeln, hat andererseits zur Folge, dass die Kulturen in ihrer Doch das ist unmöglich, schließlich zeichnet sich das Kulturelle ja gerade dadurch aus, dass es mutiert und sich verwandelt. Das ist im Grunde genommen seine Definition von Kultur, das sich verwandelnde oder es ist zumindest eine wichtige Eigenschaft und ich weiß, es ist ein Strohmann zu sagen, dass man jetzt, dass vielleicht die identitäre Bewegung eine absolut feste, starre Kultur deutsche Kultur oder eben europäische Kultur oder sonst wie Kultur haben will, dass es nicht an den Rändern irgendwie auch Austausch geben kann, aber trotzdem ist die Betonung der Verwandlung und der Abweichung bei Julien viel größer, indem er eben das Konzept des Abstandes da zwischen den Kulturen mit einbringt. Es gibt auch für Julien kein Wesen der Kultur, das unveränderbar ist. Also das ist diese Frage nach dem Essentialismus. Also was macht die deutsche Kultur aus? Und was macht sie vielleicht auch für immer aus? Oder zumindest für sehr, sehr lange transpersonale zeitliche Dimensionen, die ich ja so gar nicht unter Kontrolle habe. Die deutsche Kultur ist immer so und sobald du in diese deutsche Kultur oder jede andere Kultur hineingeboren wirst, musst du so und so handeln, weil du ethnisch und kulturell da dieser Kultur zugehörst. Und das behauptet eben eine Wesenhaftigkeit von Kultur, die auch unterdrücken kann, die, und das ist ja unser dauerhaftes Thema, natürlich auch einen gewissen Halt geben kann, indem man sagt, oh, da ist jemand, der mir sagt, was ich zu tun habe, so ein Archetypus wie bei Peterson sozusagen, oder Weizsäge Jung, da ist jemand, der mir vorgibt, wie die Struktur meiner kleinen persönlichen Identität zu sein hat, und das kann eben auch aufheben, das kann Bindung bedeuten, aber es kann auch eben Unterdrückung bedeuten, auf der einen Seite, und es kann Exklusion auf der anderen Seite bedeuten, Exklusion auch in der Hinsicht, dass diejenigen, die schon in einer Kultur sind, aber sich ihr vielleicht nicht zugehörig fühlen, oder nicht von der anderen, der Mehrheitsgesellschaft innerhalb dieser Kultur, als zugehörig gesehen werden, dass diese dann eben ausgegrenzt ausgeschlossen werden. Julien schreibt, das Wesen der Kultur, davon kann man jetzt gar nicht so sprechen, sondern wenn man davon sprechen müsste, wäre das Wesen der Kultur die Veränderung, und eine Kultur, die sich nicht länger verändert, ist Tod, wie eine tote Sprache sozusagen, die Transformation ist der Ursprung des Kulturellen, und deshalb ist es unmöglich, kulturelle Charakteristiken zu fixieren, oder von der Identität einer Kultur zu sprechen. Und ich bin dem ja auch nicht abgeneigt zu sagen, dass es etwas typisch Deutsches gibt, und typisch Belgisches, und typisch Englisches, das macht ja auch den Witz aus, und das Schöne, und Stereotype haben auch viel Gutes, und ich mache mich auch gerne darüber lustig, es gibt ja auch schöne Zitate von John Cleese darüber, warum er eigentlich solche nationalistischen Klischees so gerne hat, und ja, weil man einfach super Witze darüber machen kann, über die Briten, oder die Russen, und so weiter, und da ist ja auch etwas dran, also es ist ja Unsinn zu sagen, man könnte einen Deutschen nicht von einem Russen unterscheiden, aber trotzdem hat Julien denke ich schon recht, fixiert ist daran allerdings wirklich nicht so viel, wenn ich jetzt überlege, was mich mit Goethe verbindet, außer die Sprache und die Genialität, dann ist da vielleicht auch nicht mehr so viel, wie mich jetzt vielleicht mit jemandem anderen verbindet, in einer anderen Kultur, denn um 1800 hat man in Deutschland bestimmt auch viele Dinge ganz anders gemacht, als man sie heute macht, und wo ist da jetzt das Fixe, also man müsste schon zeigen, inwiefern sich diese Tradition, Kultur, also diese oder dieses ein bestimmtes Denken durchhält über die Zeit, man hat ja früher zum Beispiel gesagt, die Deutschen sind das Land der Dichter und Denker, oder die Deutschen haben ein Faible für Romantik und Romantizismus, die Deutschen und der Wald, oder die Deutschen haben eine Schwäche für das Antipolitische oder Apolitische, sie sind eigentlich schlecht im politischen Gegensatz zu den Engländern und den Franzosen, ja, ist das heute noch so? Sicher kann man irgendwelche Echos davon noch sehen, weil wir uns ja auch nicht einfach so von unserer Kultur lösen, aber wie viel ist denn da wirklich noch? Ja, da sind ein paar Gedanken dazu von mir, das fand ich eben ganz interessant hier bei Julien. Ja, Julien betont also wie gesagt die Bewegung von den Unterschieden zu den Abständen und dann eben von den Abständen zum Gemeinsamen. Gerade in einer Welt, wo wir ja nicht umhinkommen, dass Kulturen miteinander in Berührung kommen, allein durch Handel und Wandel, ist es ja auch eventuell wichtig, dass Gemeinsame, sich über ein Gemeinsames auch verständigen zu können und Angebote machen zu können und auch ablehnen zu können. Das betont er auch. Also was für Angebote können wir im Sinne von Ressourcen angeboten anderen Kulturen machen, die jenseits von jeglichem Dogmatismus sind. Ja, das wird nur hier so gemacht und hier wird das immer so gemacht und anderswo wird das immer anders gemacht, sondern inwiefern kann auch diese Vorstellung von den Abständen dazu führen, dass etwas zum Abweichen, Entgleisen sagt er sogar, gebracht werden kann. Philosophieren, das wusste schon Parmenides, bedeutet abweichen, abzuweichen, die ausgetretenen Pfade der Meinung zu verlassen, sich vom Anerkannten und Konventionellen zu distanzieren, gedanklich neue Wege einzuschlagen, sich anzustrengen, neue Löcher zu bohren. Wenn das jetzt nicht so sexistisch wäre, würde ich euch damit jetzt in den Abend entlassen, aber ich glaube, wir machen Schluss für heute. Es war wie immer schön, eure Chats nicht gelesen zu haben und ich möchte also doch noch mit einem Zitat enden von Nietzsche. Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als die Lüge. Friedrich Nietzsche, denkt mal drüber nach. Das war es für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, kauf mein Buch. Es ist im Taschenbuch erschienen. Ist das nicht unglaublich? Es sind genauso viele Seiten und es ist fast genauso schön. Es hat auch so eine leichte Prägung hier. Das könnt ihr vielleicht nicht... Ich kann ein bisschen ASMA damit machen. Oh, es riecht auch gut. 12 Euro im Pieper Verlag unter der Haut. Es sind eigentlich drei Bücher zum Preis von einem, wenn ich mal so richtig drüber nachdenke. Da sind nämlich sehr, sehr viele Geschichten drin. Es ist gut. Es ist ein gutes Buch, wie Helge Schneider sagt. Nächsten Montag werden wir in Gunnars Buchclub dieses tolle Buch hier lesen von Fritz Breithaupt Die dunklen Seiten der Empathie. Es geht also weiter. mit unserer Auseinandersetzung mit Vor- und Nachteilen der Empathie und das ist ein super interessantes Buch. Ich habe es heute so bis zur das erste Drittel so durchgearbeitet. Da geht es um Empathie und Selbstverlust. Also die dunklen Seiten der Empathie. Fritz Breithaupt ist Psychologie-Professor. Er betont eben, was kann es uns auch schaden? Wie kann sie uns auch schaden, die Empathie? Nämlich, indem wir uns selbst verlieren. Indem wir uns zu sehr mit dem anderen identifizieren und kein Ich mehr haben. Und da geht es nämlich auch um Nietzsche. Ja, das war es für heute. Sarah sagt, ein gutes Buch. Achso, das meinst du über mein Buch, hoffe ich. Sehr schön. Ah ja, der Dostoyevsky-Stream. Ja, den habe ich am Montag leider verpasst. Den mussten wir nachholen. Ja, das wäre ja schade. Wir haben es alle gelesen und wir werden den Doppelgänger von Dostoyevsky auf jeden Fall noch streamen. Ich gucke mal, heute schreibe ich es nicht mehr. Morgen wäre eigentlich schön. Also ich schreibe den Patreons und den Unterstützern, wann Gunners Buchclub nochmal nachgeholt wird und nächsten Montag auch um 8 Uhr, wie gesagt, Fritz Breithaupt, diese dunklen Seiten der Empathie. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Untertitelung des ZDF,